Ja, also ich glaube, das ist eben genau das ist ja der Punkt, was wir ja die ganze Zeit fokussieren, weiter nach vorne zu gehen, Innovationen in die Unternehmen zu bringen, um eine Weiterentwicklung, auch eine zeitgemäße Weiterentwicklung zu generieren. Und deswegen ist es halt super wichtig, dass eben auch Startups hier vor Ort sind oder auch aus anderen Regionen womöglich hier mit reinkommen, dass da ein gewisses Umdenken, Neudenken, Transformation einfach stattfindet in der Form. Herzlich willkommen zum Sauerland Valley Podcast mit Philipp Schäfer, der Podcast über Macherinnen und Macher aus dem Sauerland. In der heutigen Folge ist zu Gast Svenja Tietje. Svenja lebt nicht im Sauerland und ist auch nicht aus dem Sauerland und verwaltet sozusagen alle Hubs im Ruhrgebiet. Und wir werfen mal von außen einen Blick auf das Sauerland gemeinsam und wollen natürlich auch wissen, was hat es mit den Ruhrhubs auf sich und vor allem, ja, hier entspringt ja nun mal die Ruhr im Sauerland. Was wird aus der Ruhr und wie bringen wir das Sauerland und das Ruhrgebiet näher zusammen? Und außerdem gibt es noch einen kleinen Blick auf das Ruhr-Summit, das dieses Jahr stattfinden wird. Viel Spaß mit Svenja und mir. So, herzlich willkommen zur heutigen Sauerland Valley Podcast Folge. Ich habe gegenüber sitzen, die liebe Svenja Tietje aus Essen vom Ruhrhub. Und schön, dass du es in Sauerland gefunden hast. Heute ist ja so ein bisschen, wir connecten heute mal die Ruhrquelle mit der richtigen Ruhr. Und du repräsentierst eigentlich ja in dem Falle jetzt Essen. Und ich würde mich freuen, wenn du einfach mal zwei, drei Worte zu dir sagst. Schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich riesig, hier ins Sauerland Valley eingetreten zu sein, um das jetzt auch noch mit zu erobern. Nachdem ich zuständig, wie du schon sagst, nicht nur für Essen bin, sondern tatsächlich fürs Ruhrgebiet. Wir sind der Ruhrhub. Ich bin eben dort ansässig und zuständig tatsächlich für das ganze Ruhrgebiet von meinem Standort aus. Ich habe gewisse Key Cities da mit drin. Dazu gehört natürlich Essen, weil unser tatsächlicher Sitz in Essen ist. Aber wir uns weiter ausdehnen auch über unsere Mitgesellschafter, das sind große Städte wie Dortmund, Bochum, Mülheim an der Ruhr, Duisburg, Gelsenkirchen. Und nicht zu vergessen eben auch noch Mitgesellschafter, auch die Businessmetropole Ruhr ist, die eben auch für das Ruhrgebiet mit Kompletto zuständig ist, quasi im Portfolio zu haben. Und das Ganze rundet dann Duisburg ab. Also das heißt, in der Fläche dehnen wir uns im Ruhrgebiet gut aus und nehmen natürlich auch die Zwischenstädte dazwischen aus. Also ihr versucht schon, das ganze Ruhrgebiet mitzunehmen. Natürlich, so wie ihr das hier mit Sauerland Valley natürlich auch versucht, ne? Ja, das ist ja klar. Dann sehen wir das dort auch, genau. Also sehen wir uns da schon so ein Stück weit an der Stelle eh nicht. Und was mache ich da? Also ich bin eine Geschäftsführerin dort im Ruhrhub, bin eine der Hubmanager im Prinzip, habe dort ein gefördertes Projekt des Landes NRW auch und wird mitgetragen eben durch die Gesellschafter, die ich eben genannt habe. Aber ist auch ein 50-prozentiges Förderprojekt und ist jetzt zwar auch schon in der dritten Förderphase, das heißt jetzt im siebten Jahr. Und was ist unser Ansinnen oder wofür sind wir eigentlich ins Leben gerufen, um natürlich die digitale Wirtschaftsentwicklung voranzutreiben und wie funktioniert das? Wofür sind wir dann da? Mittels Startups in erster Linie, die genau digitale Geschäftsmodelle ins Leben rufen, entwickeln, die wir dabei unterstützen, diese weiter aufzubauen. Und wofür es auch notwendig ist, viel zu netzwerken, die mit Unternehmen und Investoren in Kontakt zu bringen, dass die halt größer werden und genau das Thema halt für die digitale Wirtschaftsentwicklung in NRW voranzutreiben. Spannend. Also das heißt, ich kann mir ja die Hubs dann vorstellen. Also ihr habt im Endeffekt, so gut es geht, an jedem wichtigen Standort eine Räumlichkeit, die eigentlich wie eine Anlaufstelle dient, um dann auch mit diesem ganzen Thema Startup-Förderung und diese ganzen Prozessabwicklungen, wie geht das dann? Wo fange ich an oder wie komme ich überhaupt jetzt weiter? Ja, dann im Endeffekt irgendwie einen Touchpoint zu bieten, oder? Ja, genau. Also mit den Hubs ist es tatsächlich so, also das oben eingekippt. Also in NRW gibt es eben fünf Hubs. Wir sind in NRW verteilt, also bei mir in der Zuständigkeit eben über mehrere Städte tatsächlich abgebildet durchs Ruhrgebiet. Der nächstliegenden Hub sind dann eben in Münster, als aber auch in Düsseldorf, in Bonn. Es gab zu Beginn der Förderung auch noch einen Hub in Köln. Der ist dann aber ausgetreten und noch einen Hub in Aachen. Und so dehnen wir uns über NRW aus und haben dann aber, vor allen Dingen insbesondere wir im Ruhrgebiet, auch geprägt durch diese Gesellschaftsstruktur, die gestaltet sich bei allen ein bisschen anders, eben auch die Möglichkeit, die Startups in den einzelnen Kommunen halt auch zu fördern, weil eben dort auch die direkten Anlaufstellen bestehen und auch Startup-Wettbewerbe etc. eben auch geschaffen sind und bestehen, auch schon seit Jahren bestehen und etabliert sind, um da erstmal so die erste Anlaufstelle für Gründer, grundsätzlich Gründungsinteressierte und Startups eben zu bilden. Und im Prinzip, wenn die so aus diesen Wettbewerbsprozessen und ersten Gründungsbetreuung halt schon heraus sind und schon so ein bisschen diesen Status quo erreicht haben, treten die auch mit in unser Netzwerk nochmal verstärkter ein und wir betreuen sie dann immer. Also ihr könnt die sozusagen über die verschiedenen Stufen eigentlich von Anbeginn, hey, wir haben eine Idee, wir wissen noch nicht, wie so richtig, bis, yo, wir sind jetzt ins Rollen gekommen und wir wollen jetzt auch was tun, wir setzen was um und habt dann auch wahrscheinlich verschiedene Coaches und Dienstleister, die euch auch unterstützen oder die Startups dann unterstützen bei der Entwicklung, ne? Ja, genau. Ja, also wir haben einerseits so die Kompetenzen auch mit im Team, dass wir auch dann natürlich Startup-Manager haben, die aber auch Veranstaltungsleute haben, die die Events für uns dann organisieren in kleinerer Natur als aber dann auch in größerer Natur, weil, wie machen wir das Ganze natürlich mittels Veranstaltungen, wo die Leute zusammenkommen, Netzwerken und wir sie da miteinander die Richtigen zusammenbringen können, das ist eben auch so unser Kernbusiness natürlich dann an dieser Stelle und auf der anderen Seite die Startup-Manager dann schon auch direkt an den Startups dran sind, da Bedürfnisse abzuklären und dann vielleicht auch, wie du schon sagst, an gewisse Coaches weiter zu vermitteln oder je nachdem, wie der Bedarf halt aussieht. Ja, ja klar, du hast ja auch dann vielleicht ein spitzes Thema, wo die Expertisen einfach bei jemandem liegen aus eurem Netzwerk und ihr sagt, ey, da ist ein Startup, die brauchen euch so. Genau, das ist halt so einerseits so die Themen, was braucht ein Startup, ob das jetzt vom Vertrieb zu über Marketingthemen ist, etc., die dann alle so da finanzielle Themen, Legalthemen, etc., dass man da halt Fachexpertise bildet. Aber vor allen Dingen muss man auch bei uns sagen, unser Trigger ist ja quasi das digitale Geschäftsmodell, aber wir arbeiten halt auch branchenübergreifend. Also wir haben schon Fokusthemen auch, aber letztendlich haben wir trotzdem eine Branchenvielfalt da, die dann doch auch eine andere Expertise braucht und andere Coaches dann wiederum braucht. Ist das denn, also wenn ich jetzt mal, ja klar, Ruhrgebiet, da ist ja viel los, da passiert viel, ihr habt Hochschulen, ihr habt Universitäten, also da entsteht ja sowieso immer irgendwie was. Wie ist das denn von außen? Also gibt es denn auch, sage ich mal, von den äußeren Rändern des Ruhrgebietes, wo wir schon eher in den Vorstadtbereich, also wenn wir jetzt aus dem Ruhrgebiet mal in Richtung Sauerland denken, geht das ja dann auch in Richtung Soos, Arnsberg, also es sind ja noch so, sage ich mal, Ausläufer, die man kennt, ist denn da eine Connection zu euren Hubs, also gibt es denn auch vielleicht Startups oder junge Gründer, die auch auf euch zukommen, die dann eher aus der ländlichen, sage ich mal, Region schon fast kommen oder passiert das eher selten? Doch, das haben wir auch, das haben wir vor allen Dingen auch, also gerade weil wir in unserem Veranstaltungsportfolio natürlich auch von klein bis groß irgendwie gehen, manchmal ist es dann eben Themen getrieben tatsächlich, dass wir dann schon auch überregional sozusagen eine Anzugskraft haben, oder eben dann bei Großveranstaltungen sowieso, weil dann da irgendwie der Punkt ist, dass man gemeinsam zusammenkommt und dann überregional, international dann eben auch die Zielgruppen erreicht, also entsprechend auch natürlich Richtung Sauerland oder wir gewisse Verbindungen dann auch haben, wo wir zusammenkommen, weil es auch andere Startup-Programme gibt, wo man sieht, man hat da auch einfach eine Vermischung der Regionen, was halt total gut ist und auch der Austausch dahingehend total wichtig ist, was in der einen Region funktioniert, in der anderen vielleicht auch dann auch weniger an der Stelle, dass man da irgendwie in diesem regen Austausch bleibt oder gewisse, ja, Pioneers-Pitch beispielsweise. Ja, stimmt. Im E-Salon, wo wir uns ja auch gesehen haben letztes Jahr, eben auch so ein Szenario ist, was dann im Sauerland stattfindet, aber wo wir natürlich dann auch zugegen sind und gerne auftreten und schauen, was tut sich denn da in der Startup-Szene, welche Startups laufen da auf und wen können wir jetzt gar nicht mehr nur für uns gewinnen, um sie umzuziedeln, aber auch zu supporten, um grundsätzlich halt da auch so drumherum natürlich auch weiter aufzubobbern und sie stärker zu unterstützen. Ja, ich glaube auch, das ist auch, glaube ich, wichtig in der Position, die ihr habt, weil ihr habt natürlich eine viel, ihr habt dann, sag ich mal, viel mehr Pulver drin als die ländliche Region. Hier war der Fokus nie stark auf dieser Gründungsszene, ne? Also ich meine, dass wir jetzt auch hier sind, ist ja schon wirklich eine Ausnahme, dass hier auch gerade junge Unternehmen sich ansiedeln und das ist ja auch so ein bisschen dieses Thema, wo ich auch heute einfach mal von dir so ein bisschen hören möchte, wie siehst du denn da auch die Chancen, ne? Und was siehst du denn auch für Möglichkeiten? Und ich glaube, also meiner Meinung nach ist eine Möglichkeit halt einfach diese Connection zwischen Ruhrgebiet und Sauerland, die ja eigentlich schon immer existierte, also weil, wie gesagt, ohne Ruhrquelle ja auch kein Ruhrgebiet, ne? Dadurch, dass diese Connection besteht, glaube ich, hat man allein schon ganz, ganz viele Potenziale, ne? Und da würde ich mir halt auch in Zukunft einfach wünschen, dass auch viel mehr einfach da passiert, ne? Dass dieser Austausch viel, dass den Leuten hier bewusst wird, ey, im Ruhrpott, da kann ich halt hingehen, wenn ich XY brauche und aus dem Ruhrpott muss man wissen, hey, man kann auch mal in Sauerland gehen, um irgendwie an etwas zu arbeiten oder irgendeinen Prozess zu gestalten, ne? Und ja, da ist halt einfach so auch so das Thema, wie schätzt du so eine Situation ein? Also wie schätzt du die ländliche Region Sauerland ein, ne? Auch für Gründer und Gründerinnen? Ja, ich, also ich muss sagen, selber finde ich das immer relativ attraktiv, grundsätzlich auch in ländliche Räume mal zu gehen, alleine für solche Szenarien wie mal rauszugehen, viel zu denken, zu brainstormen, den Kopf freizukriegen und um solche Workshops etc. abzubilden. Deswegen würde ich immer sagen, geht mal raus, macht euch den Kopf frei und lasst uns da mal frei denken. Für sowas ist das natürlich sehr zuträglich. Ansonsten eben dahingehend auch eine attraktive Region natürlich. Denke für Startups hier, die sich hier auch ansiedeln, alleine auch aus Kostengründen, für Anmietung von Flächen, Büroräumen etc. Ich meine, im Ruhrgebiet gestaltet sich das anders. Wir haben viele Coworking Spaces, die dort wirklich stark vertreten sind. Das ist in anderen Regionen in NRW eben auch anders. Wir haben da eine Wahnsinnsvielfalt eben anzubieten, dass man da gut unterkommt. Und hier gestaltet sich das wahrscheinlich auch einfach anders. Aber da hat man eben auch Möglichkeiten dadurch, dass man einfach auch andere Kosten dann hat. Ja, das ist ein Punkt, ja. Dass man als Startup hier natürlich attraktiv auch ansiedeln kann. Und für mich als, also um rauszugehen aus dem Ruhrgebiet hierher, wären wirklich im Sinne von einen Austausch zu generieren, einen Blick von außen auch nochmal zu bekommen. Man ist immer so in seiner eigenen Bubble, um da zu reflektieren, wie ist es denn in einem ganz anderen Gefilde, wo es vielleicht auch ruhiger dann irgendwie vielleicht auch stattfindet, wo mehr Denkprozesse möglich sind, weil gar nicht so diese Schnelligkeit dahinter steht. Da eine Reflexion halt auch herzustellen halt. Ich habe immer, also was ich von vielen gehört habe, die hier zu Gast waren, was ich immer ganz interessant fand, die haben gesagt, sie haben immer das Gefühl, wenn sie hier was machen, haben sie das Gefühl, es ist nachhaltiger als in der Stadt. Also eher unter diesem Gesichtspunkt zu sagen, ja, wenn wir jetzt hier was aufbauen, dann möchtest du es ja auch zu etwas bringen. Es geht gar nicht um die krasse Skalierbarkeit immer, es geht eher um diese Beständigkeit. Das ist natürlich so, dafür steht ja auch irgendwie so eine Region. Und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man auch so ein Mindset hat, dann auch vielleicht mal drüber nachzudenken, ey, ich will vielleicht gar nicht so dieses scalable, hardcore Ding machen, sondern ich will gerne gründen und ich möchte irgendwie auch damit wachsen, aber ich will das vielleicht auch in einem anderen Rhythmus tun. Das kann auch eine Grundlage sein, sich für eine Region zu entscheiden. Natürlich ist es schwer und das ist natürlich auch ein Punkt, der für uns auch immer, oder ja, mit dem wir immer konfrontiert werden, die Leute zusammenzubringen. Die Entfernung, gerade in so einer ländlichen Region, wir haben uns getroffen in Iserlohn, das ist von uns hier auch anderthalb Stunden. Aber es ist doch so das Ende vom Sauerland und das ist eigentlich dann schon verrückt und es sind im Endeffekt irgendwie 50 Kilometer Luftlinie, so ungefähr, aber du musst ja erstmal beim Berg. Über vier Berge hängen. Ja, richtig. Und von daher, also ich glaube, wichtig ist auch, dass man versteht, welche Vorteile die ländliche Region mitbringen, weil ich bin auch der Überzeugung, es ist nicht für alle Startups das Richtige. Aber auch gerade, wenn man an Remote First denkt oder sowas, dann ist es definitiv auch eine Möglichkeit, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ja, aber das ist ein guter Punkt. Also gerade dieser Nachhaltigkeitsgedanke, also eben langfristig auch zu planen, das kann ich mir hier eben sehr gut vorstellen. Also das, glaube ich, kann ich auch nur unterstreichen, den Gedanken. Und eben bei uns im Ruhrgebiet, beziehungsweise in NRW ist es dann ja schon auch so, dass wir die Skalierbarkeit natürlich anstreben und dahingehend auch pushen. Auch wir von Ruhrhabseite pushen, auch mittels Programme, ganz explizit halt gerade, dass genau das passiert und natürlich das nächste Einhorn daraus hervorgeht. Ja, das ist halt auch immer so dieses Thema, das spielt ja auch bei uns eine Rolle. Wir haben ja neben dem, was wir mit der Agentur machen, ja auch noch ein Startup. Da haben wir halt das große Glück, das ist Software as a Service. Wir sind überhaupt nicht räumlich irgendwie abhängig. Und das war dann, das ist schon cool, ist halt auch zu sehen, du kannst es auf dem Land aufbauen. Also das war ja für uns alleine schon mutig gewesen mit der Agentur, weil du hast ja zum einen, kommst du ja hierhin als Outsider erstmal und machst hier was auf. Dann natürlich findest du die richtigen Kunden. Als Software as a Service Unternehmen ist es ja wieder anders, weil dem Endkunden ist ja egal, wo du bist, weil er benutzt ja die Software, die im Netz ist. Und das ist aber, wir merken das aber auch gerade so in der Agenturstruktur, die ja jetzt keinen Startup-Vergleich hat, aber dadurch, dass wir auch die Produkte verändern und viel mehr online arbeiten und auch viel mehr online zugänglich sind, was unser Projekt oder Produkt angeht, ja, spielt das auch keine Rolle mehr. Kein Interessiert juckt es mehr. Und für uns ist es halt schon cool auch zu sagen, kommt mal raus zu uns und macht mal den Kopf frei und arbeitet mal mit uns an was. Und das ist ja auch, worüber wir uns schon mal unterhalten haben. So dieser Effekt, das zu nutzen, was diese Region hergibt. Diesen Faktor Urlaub irgendwie so ein bisschen mit ins Mindset zu bringen und zu sagen, ja, think different. Und nicht wieder in dem nächsten fancy Coworking-Space zu sitzen in der nächsten Stadt, sondern vielleicht auch mal zu sagen, hey, ich nutze mal eine ganz andere Möglichkeit zu arbeiten. Ja, das ist ja das, was ich eingangs meinte. Und was das Ganze ja hier am Standort auch einfach so attraktiv macht, dass die Möglichkeit hier so besteht. Das ist leider heute so nebellig, da kannst du ja nicht unseren Ausblick genießen. Ich habe auch keine Berge gesehen. Hat die auch alle weg im Nebel oder was? Ja, klar. Lost. Sehr gut. Wie lange bist du jetzt gefahren? Eine Stunde und 40 tatsächlich. Eine Stunde und 40, habe ich ja gesagt. Von Essen aus. Also ich bin super durchgekommen. Es ist nicht so weit. Ja, es ist nicht so weit. Es sind ja 140 Kilometer tatsächlich. Und also ich fand jetzt gut zu erreichen. Also wenn ich mir denke, wie ich in andere Richtungen fahre, auch im Ruhrgebiet, dann ist das ja eine Distanz, die ist ja durchaus, man hat immer das Gefühl, es ist so viel weiter weg. Aber das ist es ja gar nicht so. Ja, das ist so. Eigentlich ist es nah dran. Nur im Kopf, weil man ja auch plötzlich von der Autobahn wegkommt. Ja, genau. Dann ist man ganz ja schon weit weg. Ja, genau. So Dortmund passiert, was passiert dann? Ja, was passiert dann? Wie ist es denn jetzt, also weil ich hatte ja auch gefragt, Startups aus der ländlichen Region. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein Startup hier im Sauerland. Ich habe wirklich eine geile Idee. Ich habe irgendwas, wo ich der Meinung bin, das ist skalierbar. Aber ich finde hier jetzt nicht den Rahmen, der mich da vielleicht auch unterstützen kann. Habt ihr denn eine Möglichkeit, auch diese Startups einfach zu supporten? Also fällt das noch in euren Bereich, wo ihr sagen könntet, hey, wenn da einer auf uns zukommt und sagt, ich finde cool, was ihr so im Ruhrhab macht, ist das für euch noch, ist das eine relevante Zielgruppe? Oder ist es eher so, guck mal lieber, was bei dir so stattfindet? Also wir würden es natürlich niemals nie sagen. Wir haben einen Fokus natürlich bei uns auf die Region Ruhrgebiet, wie gesagt, und was sich da tut und wer dort vor Ort ist und die halt in erster Linie zu stärken. Aber wie eben gerade schon gesagt, auch überregional, international tätig zu sein, überregional, das wäre genau der Punkt, damit auch einzugreifen. Wir haben halt auch Startups, die wir eben auch aus umliegenden Regionen haben, vor allem in diesem Fall halt besonders, würde ich sagen, ja klar, kommt gerne zu uns. Wenn insofern das jetzt nicht auch meine Hub-Manager-Kollegen sozusagen betrifft, weil sie da näher dran wären. In dem Fall sind wir die nächstenjenigen und von daher wären wir die richtige Anlaufstelle und würden da genauso natürlich mitwirken und da tätig sein, genau. Also man kann ja dann auch theoretisch für alle, die zuhören und auch einfach mal Interesse haben, das ganze Thema Startup-Szene sich auch mal anzuschauen. Ihr habt ja dieses Jahr auch endlich wieder in live, muss man sagen, habt ihr ja das Ruhr-Summit oder den Ruhr-Summit. Und das ist ja halt im Endeffekt eigentlich so der Touchpoint, wo ich damit in Berührung kommen kann, was ihr auch tut und was auch eure Qualitäten sind. Im Endeffekt, sage ich mal so in geballter Form. Da können wir vielleicht mal direkt drauf eingehen, weil, wenn wir schon davon sprechen, dass Startups vielleicht auch sich mal bei euch melden können und mal gucken können, was könnt ihr mir denn so bieten und was habt ihr denn vielleicht für ein Netzwerk, wäre das ja eigentlich schon eine coole Anlaufstelle, um zu sagen, ey, da sollten wir mal vorbeigehen. Vielleicht aber auch für die Mittelständler, die zuhören, mal zu gucken, was geht denn eigentlich so in dieser ganzen B2B-Startup-Szene. Gerade für die natürlich, weil für die ist natürlich die Startup-Szene dann auch unter Umständen ein großer Hebel und eine große Hilfe, die kennenzulernen und zu sehen, auch was passiert da, auch was passiert da auch in Zukunft. Ja, ich würde noch einmal kurz sagen, also weil du eben auch, weil wir eben darüber gesprochen haben, was ist, wenn hier ein Startup ist, was sich dafür interessiert, ins Ruhrgebiet zu kommen. Also das betrifft halt auch jeglichen Status irgendwie eines Startups. Also wir haben auch ein Gründerstipendium, was wir integriert haben bei uns, vom Land NRW eben, was wir nach vorne treiben, in dem Sinne, dass wir da die Startups auch ausscouten und auswählen, denen wir dieses Gründerstipendium letztendlich mit empfehlen, bis hin eben, dass wir in einem Programm haben, mit unserem sogenannten Ruhr-Masters-Programm Startups auszuwählen, die schon zwei, drei Jahre am Markt sind, erste Mitarbeiter haben, erste Finanzierungsrunde hinter sich haben, um die genau dann tatsächlich weiter skalieren lassen zu können, um einen nächsten großen Wachstumssprung zu machen und in zum Beispiel auch ein gefördertes Scale-Up NRW-Programm aufschließen zu können sozusagen. Sind das, ist denn so zum Beispiel, das Scale-Up NRW ist ja auch sowieso, das ist ja regional übergreifend, oder? Das ist ja theoretisch auch interessant für Regionen wie unsere. Ja, genau. Ja, also klar, natürlich die Hubs haben natürlich schon die Verantwortung auch für einen gewissen Rahmen und Raum, in dem sie auch sind, das ist natürlich klar, aber das ist halt ja auch immer so, dieses Problem, das fehlt ja hier so ein bisschen, ne? Hier weiß oft keiner, wenn ich was gründe, was gibt's denn so, weil, ich hab ja gar keine Anlaufstelle, wo ich auch mal erfahre, so, was gibt's, ne? Also für uns war das ja auch so, wir haben damals das, auch das Gründerstipendium bekommen, ein Jahr lang, ne? Die tausend Euro im Monat, das war super für uns, kommst du hier hin, hast du erstmal nichts, aber hast du erstmal ein bisschen Geld. Ja. Da würde ich mich halt einfach freuen, wenn auch viel mehr Menschen hier sowas mitbekommen, aber das ist aber auch kommunale Arbeit, so ein bisschen, muss ich wieder sagen, ne? Ja, genau, das ist bei uns in den Kommunen ja eben genauso, also da sind diese ersten Anlaufstellen eben auch vorhanden, aus der Richtung jetzt eben geblickt, dann wäre das auch tatsächlich wieder Dortmund, die da die direkten Ansprechpartner wären und die überhaupt einfach erstmal einen Blick in das Thema geben und zeigen könnten, was tut sich hier, welche Angebote gibt es, welche Möglichkeiten gibt es, was sind die ersten Schritte? Ja, das ist halt super spannend und ich glaube, das ist auch, also wir merken das ja auch, wir arbeiten ja auch viel mit Startups zusammen, wir übernehmen ja teilweise auch solche Arbeiten als Agentur, was auch, was uns natürlich auch einfach viel Spaß macht und das ist auch irgendwo auch, gehört auch mit zu unserem Business und ich bin immer schon froh, wenn man denen einfach mal nur was sagen kann, wo die denken, ach echt, das gibt's, ja, das ist genauso wie die Mit-Digitalisierungs-Gutscheine für Mittelständler, ja, aber das sind ja so, es gibt ja so einfache Sachen und so einfache Kniffe, wenn du die weißt und wenn du einfach dich da mal ein bisschen hinter klemmst, dann, ja, kann dir das schon einen ganz guten Anschub geben und ein bisschen Sicherheit, aber... Und das ist der richtige Ankündigungspunkt zu unserem Ruhr-Summit. So, jetzt, ja, jetzt haben wir es, jetzt haben wir die Kurve geschafft. Jetzt haben wir die Kurve endlich geschafft, genau, weil nämlich dort natürlich gerade aus dem Ruhrgebiet auch diese, diese Player alle zusammenkommen und gerade in diesem Jahr auch bei uns im Fokus steht, diese, das ganze Ökosystem dort auch mit zu präsentieren, gerade für Startups, Unternehmen und so weiter, was in die Anlaufstellen, was, was kann wer da bieten und um dann auch zu schauen, wer ist da der Richtige für mich und wer ist auch regional womöglich der Richtige für mich oder thematisch auch bedingt der Richtige für mich, diese sind dann eben dort auch vor Ort und das ist halt einerseits so ein Punkt und grundsätzlich ist der Ruhr-Summit natürlich irgendwie an eine Zielgruppe gerichtet. Wir sind mal gestartet mit einer mit einer Konferenz für B2B scalable Startups irgendwie und muss sagen, das hat sich alles über die Jahre jetzt auch aufgeweicht im B2C-Bereich als natürlich auch eher sagen, dieses Jahr sind wir irgendwie ein Business-Event für Startups, Unternehmen, Investoren und grundsätzlich Gründungsinteressierte und auch Studierende, die ja gerade auch bei uns im Ruhrgebiet oft aus der Hochschule aus gründen, dort es eben auch viele Unterstützungsprogramme gibt und Anlaufstellen gibt an den Universitäten selber, so dass wir da wirklich eine Wahnsinns-Zielgruppe eigentlich in dem Bereich dann abbilden. Mir wäre jetzt auch nicht bekannt, dass es im Ruhrgebiet ein ähnliches Event gibt, oder? Ich glaube, gibt es... Im Ruhrgebiet? Ne. Ne. Also, wo wäre jetzt das Nächste? Mit was könnte man das vergleichen? Von der Art gibt es noch sowas irgendwo in anderen Regionen? Also, in Düsseldorf meine Partner, Herbmanager-Partner sozusagen in Düsseldorf machen den Demo-Day immer im MMA, genau. Den gibt es dann natürlich, vergleichbar gibt es dann nochmal vielleicht auch den irgendwo in gewisser Form den Pirate Summit. und in Köln dann, genau, oder den Summerslam in Bonn von den Kollegen des Hub-Managements dort, genau, also das wäre so. Und ich muss sagen, im Ruhrgebiet sind wir natürlich mit dem Ruhr Summit. Das ist schon so, das Ding, gar nicht in der sehr größten Ordnung. Wie kann ich mir jetzt das Event vorstellen? Also, was kann man sich, was kann man da erwarten? Also, was, ich meine, ja, du hast schon von Zielgruppen gesprochen, die finden wir da schon mal alle, das ist super. Ja. Wer macht denn da jetzt so was und was gibt es denn so für Programme? Ja, sehr gerne gehe ich da konkreter drauf ein. Also, wir haben uns dieses Jahr auch lang wirklich überlegt, das muss ich, glaube ich, auch noch mal dazu sagen, um das so ein bisschen einzuleiten. Wie gehen wir dieses Jahr mit dem Ruhr Summit um unter der Perspektive? Was hat uns alle die letzten Jahre gebeutelt? Und das war ganz klar Corona und ein nicht mögliches physisches Zusammenkommen natürlich. Wir haben 2020 den Ruhr Summit, der 2019 wirklich groß als Event funktioniert hat, wo 3.500 Teilnehmer vor Ort waren, einfach komplett digitalisieren müssen, damit er überhaupt stattfinden konnte aufgrund von Corona. Das hat dann auch in dem Sinne okay irgendwie funktioniert, aber war natürlich was ganz anderes. Also, so ein riesen Digital-Event oder Event plötzlich zu digitalisieren. Im Jahr darauf konnten wir mit so einer Mini-Geschichte, das konnte man auch schon Hybrid nennen, so leicht-hybrid irgendwie stattfinden lassen, weil wir dann 200 Leute einlassen durften damals. Und letztes Jahr war das erste Jahr, wo eben wir im Juni dort standen und eigentlich auch so die Ersten waren, die wieder so als Event dann wirklich so live gehen konnten, wollten, durften. Und wir auch gemerkt haben, dieses Event-Geschehen hat sich auch verändert. Damals auch noch relativ verhalten in den Teilnehmern. Ich kann es nicht sicher sein, kommen denn die Besucher, die wir uns auch erhoffen? Kommen die und jeder hatte auch so Skeptis. Natürlich ist das jetzt wirklich gut, fühlt sich das gut an? Jeder musste sich, glaube ich, erst mal wieder finden in so einem Event-Modus. Ich war letztes Jahr auf dem OMR. Ja, ich auch. Hatte natürlich Corona. Sehr schön, ja, ich nicht. Ich nicht, aber ich war auch da und dachte so, wow, ist es jetzt weg? 70.000 Menschen, keiner eine Maske. So durch die Gänge, ja genau. Das war direkt der Kulturschock. Ja, ja, absolut, absolut. Das war dann eben da im Mai und dann im Juni waren wir dann eben dran mit dem Rösser, mit letztes Jahr auch. Und da war das eben noch anders auf jeden Fall. Und dann aber auch unter Betrachtung gerade dieser großen Events, wie auch Bits & Pretzels oder auch Pirate Summit oder, 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 also alle weiteren, wo man immer gesehen hat, diese Frontbeschallung, die man in der Corona-Zeit hatte, über eine Mainstage jetzt wieder abzubilden, funktioniert irgendwie gar nicht mehr. Also ist gar nicht mehr so im Interesse zu sehen, ich muss da jetzt hin, weil ich die ganzen Speaker sehen muss und ich hocke mich ins Publikum und rezipiere da irgendwie was. Weil das mache ich ja inzwischen alles digital irgendwie und wenn ich Zeit und Raum und Ruhe habe von zu Hause aus. So, deswegen treibt es mich jetzt nicht zu einem Event, sondern es steht wieder und das ist natürlich auch gut für so ein Event, das Netzwerken klar im Fokus und vor allen Dingen irgendwie die Generierung natürlich von Mehrwerten. Was heißt es dann? Wie generiere ich am besten Mehrwerte? Was für Mehrwerte sind das denn? Was sind denn das eigentlich? Was machen wir denn eigentlich? Genau, und bei uns ist es jetzt so, dass wir daran auf diesen Gedanken lange rumgeritten sind, bis wir dachten so, was tun wir damit? Wir müssen irgendwie ein starkes Involvement zwischen Teilnehmenden, also sprich Publikum und Ausstellenden stattfinden lassen, neben natürlichen Netzwerken, was da im Fokus steht, um vielleicht auch Themen fokussierter nochmal Dinge zu besprechen, beziehungsweise sich vorzustellen, als in so einer Blase immer zu sprechen, nur von einer Stage-Situation eben aus. Den Startups müssen wir irgendwie eine Attraktivität bieten, sich dort auch wieder besser zu präsentieren. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel auch die Startups, die sonst immer gepitcht haben, als digitale Pitch-Version mit auf dem WUR Summit, wo man gesehen hat, das war ein Anzugspunkt, auch für alle, die als Teilnehmer vor Ort waren, aber die digital über den Screen zu sehen, ist irgendwie auch nicht. Wir wollten den Startups damals irgendwie mehr Freiheit geben, sich trotzdem auf dem Event frei zu bewegen. Aber man braucht irgendwie genau so ein Zwischending, hoffe ich, glaube ich, denke ich jetzt, für die Zukunft. Und so haben wir das jetzt dieses Jahr halt aufgesetzt. Also wir haben wieder zwei Stages. Wir haben eine Innovation Stage, wo wir wirklich über Metaverse-Themen, Innovationsthemen, über alles das, was ist neu und kommt morgen sprechen. Alles das, was so erstmal so groß ist, so dieses... Und global ist. Und da wirklich auch eben große andere Player dann da mit drin haben. Aber trotzdem dann eben auch umgesetzt in einem Stage-Szenario, was eine Interaktion zum Publikum ermöglicht, was einen Austausch direkt von der Stage auch mit diesen Playern ermöglicht. Also eine Nahbarkeit dann irgendwie da ist und wir uns dadurch eben auch erhoffen, dass auch in diesem Punkt halt mehr Werte generieren werden. Es ist nicht nur eine Frontbeschallung, ein Zuhören. Nein, es ist eine Interaktion, es ist eine gemeinschaftliche Diskussion. Man wird eingebunden in die Themen, gibt vielleicht gegenseitig sich auch nochmal Impulse dadurch. Also gerade selbst zu der Verbundenheit zur Stage, dass auf dieser einen Stage und auf der anderen Stage eben dann schon nochmal in einem anderen Charakter, wir haben dieses Jahr erstmalig dabei einen Ruhr-Summit-Award. Das heißt, jedes Start-Up, was ein Ticket zum Ruhr-Summit hat, kann sich mit seinem Pitch-Deck gleichzeitig bewerben für diesen Ruhr-Summit-Award, der auch mit einem Preisgeld dann ausgelobt wird am Ende des Tages. Da werden wir im Vorfeld mit einer Jury schon mal natürlich gewisse Auswahl treffen müssen und an dem Tag selber können die Start-Ups sich dort präsentieren und pitchen auf der Stage. Kommt, trifft auch auf alle Start-Ups zu. Also alle, die besuchen. Alle, die ein Ticket haben, können sich darauf bewerben. Genau, Branchen übergleichen, ihr auch natürlich. Also ich sage Moritz Bescheid, der kann schon mal das Abo-Map-Pitch-Deck fertig machen. Ja, guck mal, perfekt. Das wäre schon spannend. Aber klar, also das heißt auch für alle, die jetzt auch hier aus der Region Sauerland zum Beispiel Bock haben, die können kommen, wenn sie eine Start-Up-Idee haben, haben sie die Möglichkeit, die zu pitchen. Richtig, richtig, genau. Die Möglichkeit ist da. Wichtig ist eben, das Pitch-Deck entsprechend gut einzureichen und dann geht die Post ab, genau. Und genau, also das wird so die Pitch-Stage sein. Natürlich haben wir auch alleine aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich ein Förderprojekt des Landes NRW sind, wird Ministerin Neubauer auch vor Ort sein zum Ende des Tages, wenn es dann die Start-Ups auch ausgelobt werden sozusagen, um den Abschluss des Rahmens zu binden. Wir haben aber dann einen wesentlichen neuen Konzeptpart in diesem World Summit noch integriert und nennen das Ganze Ruhr-Metropolis. Dieses Ruhr-Metropolis-Konzept besteht eigentlich daraus, dass wir neben einem interaktiven Marketplace, wo alle zusammenkommen und auch selbst der Food Court sich dort bewegt, wir das Ganze umsiedelt haben mit verschiedenen Towns, die themengetrieben sind. Und um da eben auch wieder diesen Punkt zu generieren. Man kann sich in seinem Fachbereich, beziehungsweise in seinem Themenbereich präsentieren, ausstellen, aber einfach auch nur da sein, mit diskutieren, vielleicht auch rezipieren. Wir haben da sogenannte Mini-Stages auch drin. Es wird in den Themen-Towns auch nochmal Präsentationsflächen geben, auch für Start-Ups, vielleicht zu dem Thema XR beispielsweise, wenn man da in das Themenfeld passt, sich dort zu pitchen. Auch da die Möglichkeit, also im Prinzip für Start-Ups da auch so eine doppelte Pitch-Situation zu schaffen, in diesen Towns einerseits. Und wenn man das Große loszieht, eins der Start-Ups auf der Pitch-Stage hinterher zu sein, eben dann on top auch noch da mit der Chance da auch den ersten oder zweiten oder dritten Platz zu belegen. Genau, und in den Themen-Towns, da haben wir halt verschiedene Themen. Also das streckt sich über Social Entrepreneurship, dann Female Entrepreneurship. Wir haben eine XR-Town, wir haben eine Town, die umschließt, da sind wir noch so ein bisschen in der Titelfindung, Security-Themen nenne ich es mal. Da wird dann irgendwie involviert sein, auf jeden Fall Blockchain, NRW auch, aber Quantum Cyber Security als Thematik und auch normale Security-Themen, G-Data wird dort mit anwesend sein. Und dann haben wir diese Ecosystem-Town, wo wir halt unsere Systempartner alle mit einbinden, uns inklusive und ich auch meine Hub-Manager-Partner an der Stelle mit einbinden. Also so da auch wieder der Punkt der Überregionalität, in dem Sinne, also aus dem Ruhrgebiet zumindest raus, NRW-weit eben da auch eine Präsenz zu zeigen, was eben vor allen Dingen für Startups dann natürlich auch aus umschiftenen Regionen dann auch ein Interesse ist. Eben auch ein Anlaufpunkt sein kann, um zu sagen, ah cool, da kann ich auch mal gucken, was geht in so unsere Richtung. Richtig, richtig, richtig. Wenn ich das so höre, ist es ja eigentlich, kommt mir natürlich zuerst in den Kopf, hey, lieber Mittelstand, im Idealfall kauft ihr euch auch mal ein Ticket, geht da mal vorbei und guckt mal, was so geht, oder? Also wenn ich das so sehe. Das auf jeden Fall oder lieber Mittelstand, ihr meldet euch direkt bei uns und seid Part in einer Town und stellt euch da auch mit aus. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also die Towns sind nicht nur Startup-getrieben, sondern eben dort vermischen wir die Zielgruppen miteinander, damit die wirklich im Austausch, dass es hoffentlich auch in einem ausgewogenen Austausch ist, so ist der Plan da jetzt, also sowohl Corporates als auch Startups dort sind und wir eben das Ganze noch auflösen mit einer Investoren-Lounge, dass wir da entsprechende Investoren eben auch nochmal mit einbringen können, ob das dann auch verschiedene Finanzinstitute sind oder ob das dann VCs sind oder BAs sind. Für sie, egal was, also das kann da alles, da kann ja auch ein Mittelständler, der sagt, ich möchte gerne in innovative Startups investieren, findet sich da vielleicht auch. Genau. Was ich noch vergessen habe, ist, nicht vergessen, aber was noch fehlt, last but not least, sind die Masterclasses, das ist auch noch ein Format, was wir dieses Jahr wieder mit integriert haben. Das heißt, wieder auf dem Ruhr-Summit selber hatten wir es noch nicht, wir haben sonst auch Masterclasses bei uns im Angebot, aber Masterclasses auf dem Ruhr-Summit zu verstehen, den eher als Workshop-Ebene tatsächlich auch für Unternehmen interessant, um dort konkrete Problemstellungen zu definieren und in 90 Minuten dazu mal einen Workshop abzuhalten und mit Startups in den Austausch zu gehen, wie denn da eventuelle Möglichkeiten bestehen oder wohin die Reise da gehen kann. Also auch weniger Frontalbeschallung in Form von ich sag dir, wie es geht, sondern eher ich zeig dir, wie es geht. Und wir machen das zusammen. Miteinander oder wie Impulsaustausch. Also du gehst auch wirklich mit Input, sage ich mal, nicht nur in Form von Gesprochenem raus, sondern es ist auch irgendwas erarbeitet worden in irgendeiner Form. Richtig, richtig. So viel wieder zu dem Thema Mehrwerte generieren. Ja, sehr schön. Also ich glaube, weil der Anspruch ist inzwischen, man geht zum Event und ja, man will ja auch mit irgendwas nach Hause gehen, außer klar soll es eine tolle Erfahrung sein, die das Event irgendwie mitbringt. Wir werden auch irgendwie einen gewissen Entertainment-Charakter da mit reinbringen. Auch das ist nötig inzwischen. Es gibt bestimmt auch eine Party am Abend, ne? Ja, eine Party, genau. Eine Party, je nachdem. Und das hängt auch davon ab, wie das Publikum die Party letztendlich ausgestaltet. Wir bleiben an der Situation dieses Jahr relativ flexibel. Im letzten Jahr haben wir gesagt, wir machen auf jeden Fall die Big Party. Und wir wissen alle, ich meine, es ist ein Business-Event und nicht erst eine Party, wo wir um 8 Uhr gehen, sondern und haben dann einen langen Tag irgendwie vor uns. Von daher schauen wir mal, wie die Situation ist. Wir sind auf alles vorbereitet. Wir machen total gerne die Big Party oder wir machen auch nur cooles Networking, Get-Together am Ende des Tages. Aber irgendwie so lassen wir den Tag dann hinterher ausklingen. Genau. Spannend. Also, ja, wir sind ja auch da. Wir müssen jetzt gleich nochmal die Eckdaten besprechen, wie wir das so machen und so. Ja, ja, ja. Aber Sauerland Valley wird definitiv in irgendeiner Form vertreten sein. Sehr gut. Und ja, vor allem halt auch, um genau das Statement so ein bisschen zu setzen und zu sagen, ey, guck mal, so auf dem Land massiert auch mal was. Wir können ja mal zeigen, was hier los ist. Ja, genau. Wir können mal so ein bisschen zeigen, was los ist. Und ich glaube halt auch, das Netzwerk, was man so hat, wir haben ja auch schon so viele interessante und spannende Leute, die man auch einfach mal eben, ja, mit auf das Event bringen kann. Ja, total gerne. Um einfach mal zu sagen, guck euch das mal an. Und ich glaube, das ist halt auch der Punkt. Und da versuche ich jetzt nochmal diesen Bogen zu spannen zum Sauerland, weil das ist ja auch der Sauerland Valley Podcast. Das ist ja auch so. Ich meine, die Region Sauerland oder Südwestfalen, jetzt sage ich mal im Größeren, Sauerland macht das Ganze ein bisschen kleiner, aber ist ja schon eine sehr wirtschaftsstarke Region. Also Südwestfalen ist die zweitstärkste Industrieregion in Deutschland. Und das ist ja schon mal, ne? Also, wie siehst du aus deiner Sicht, ich meine, du hast natürlich, du hast ja auch mal was anderes gemacht vor den ganzen Hub-Thematiken, aber ich glaube, du hast so einen ganz guten Blick auf dieses Thema. Ja, wir haben die Startups auf der Seite, wir haben aber auch auf der anderen Seite, haben wir ja auch mittelständische Unternehmen. Wie siehst du die Perspektive für diese Unternehmen in der ländlichen Region? Was glaubst du denn, könnte für die in Zukunft ein Trigger sein, um weiter, ja, am Start zu bleiben? Für die Unternehmen hier? Ja. Und hier weiter zu bleiben sozusagen? Ja, um weiter auch bestehen zu bleiben als Unternehmen. Ja, also ich glaube, das ist eben genau, das ist ja der Punkt, das, was wir ja die ganze Zeit fokussieren, weiter nach vorne zu gehen, Innovationen in die Unternehmen zu bringen, um eine Weiterentwicklung, auch eine zeitgemäße Weiterentwicklung zu generieren. Und deswegen ist es halt super wichtig, dass eben auch Startups hier vor Ort sind oder auch aus anderen Regionen womöglich da mit rein, hier mit reinkommen, dass da ein gewisses, ja, ein gewisses Umdenken, Neudenken, es ist ja nicht eine Transformation, einfach stattfindet halt in der Form, um da für die Zukunft auch weiterhin gewappnet zu sein und nach vorne zu schauen. Also gerade auf dem Weg hierhin habe ich, hörte ich gerade im Radio noch, KI wird uns viel größer überrollen als das Internet irgendwie vor ein paar Jahren. Das alleine zeigt einfach, wie schnell es geht, wie wichtig es ist, am Puls der Zeit zu bleiben und wirklich da in Transformationsprozesse auch reinzugehen, mutig zu sein und neu zu denken. Glaubst du, dass wir ein bisschen zu langsam sind in Deutschland, was das Thema Innovation angeht? Ja. Gut. Leider ja. Leider ja. Ja, also ich, ja, wirklich, und ich glaube, es mangelt auch wirklich oft an, und das hört man ja auch von anderen sehr stark, an unseren bürokratischen Prozessen, die der Schnelligkeit oft im Weg stehen, dass es viel unkomplizierter und einfacher gehen kann, so wie das in anderen Ländern dann vielleicht auch der Fall ist. Also wenn man auch sieht, wenn ich jetzt gerade eben auch am Ende des Jahres auch in Helsinki wieder war, in Finnland, wie da dann agiert wird, wie schnell da Digitalisierungsprozesse eben auch schon längst stattgefunden haben, wo wir bei weitem noch nicht sind, müssen wir da auch wirklich was tun. Also ja. Ja. Also ich glaube, ich meine, ihr habt das ja nochmal viel stärker dadurch, dass ihr ja auch sehr viel wahrscheinlich bürokratische... Richtig. ...Bretter zu bohren habt. Ich drücke es mal nett aus. Ja. Ritter bohren. Ja. Es ist ja, glaube ich, schon... Das ist, glaube ich, schon auch frustrierend, ne? Also teilweise. Dass die Prozesse dann irgendwann mal beginnen. Richtig. Das ist ein langer Atmen, den man da erstmal haben muss und auch eine Durchsetzungskraft, bis man eigentlich dazu kommt, das zu tun, worauf man eigentlich aus ist. Also was der Fokus... Ohne den Fokus dann eben an der Stelle zu verlieren, auf das Wesentliche, ja. Ja, das ist ja wie beim Gründen, ne? Also wenn du hier gründest, so ein bisschen mal einen Handelsregister-Eintrag hast, das kann ja schon mal drei bis vier Monate dauern. Das meine ich damit. Ja. Richtig. Gerade für Menschen, die was gründen wollen, du bist ja nicht fähig, irgendwas zu tun, tatsächlich. Solange du diesen Eintrag nicht hast. Ja. Und dann können bei einem Startup drei Monate schon lange sein, gerade wenn es um eine Innovation geht oder wenn es darum geht, ich muss jetzt, ich muss die Rechnung schreiben oder so, ne? Ich muss jetzt mal irgendwas tun. Ja. Glaubst du, das kriegen wir gelöst? Oder wo müssten wir da anfangen, um es zu lösen? Ob wir es gelöst bekommen? Also ich hoffe, weil ich finde, es gibt eigentlich gar keine Alternative, als es zu lösen. Und ich meine, gerade wir, wir als zum Beispiel Institutionen, der Hub sind, genau natürlich deswegen auch ins Leben gerufen, um darauf einzuwirken und dann nach vorne zu gehen. Nur man merkt natürlich trotzdem auch, es tut sich unterm Strich halt einfach noch viel zu wenig. Wir müssen da viel innovativer noch sein, viel agiler unterwegs sein und agiler eben auch in dem Sinne unkomplizierter, was das Thema auch wieder Bukratie und so weiter betrifft. Also uns da freier machen, um weiter, schneller nach vorne arbeiten, nicht nur denken, sondern auch arbeiten zu können. Ich glaube, in der Denke ist da viel da, aber in der Umsetzung mangelt es halt. Ja, klar, wir haben halt Strukturen und keiner will diese Strukturen so wirklich aufbrechen, weil da kommt natürlich erstmal Arbeit auch ans Licht. Ja, und auch der Sicherheitsaspekt ist natürlich auch nicht zu verkehren. Also man ruht sich auch gerne auf Bestehendem aus, woraus man sich dann natürlich wegbewegen muss. Ja, aber was du ja oft siehst, ist, wer investiert dann auch oft in Startups? Das sind teilweise Unternehmen aus den USA oder Unternehmen aus den Emiraten und das haben wir in Deutschland immer mehr, weil halt auch viele, sage ich mal, skalierbare Startups oder ein höheres Potenzial aus dem Ausland gesehen wird als im eigenen Land teilweise. Und das finde ich schon auch sehr spannend zu sehen. Wenn ein Unicorn hier entsteht, aus welchen Geldern wächst denn das Unicorn? Ist es dann tatsächlich ein deutsches Unicorn oder ist es dann vielleicht in den nächsten drei Jahren gar nicht mehr hier? Weil die vielleicht woanders andere Wachstumspotenziale haben. Und ich glaube, das ist halt auch der Punkt, gerade wenn ihr diese Startups aufbaut und wenn diese Startups bei euch rauskommen, dann brauchen sie auch danach in ihrem ganzen Wachstum auch eine Unterstützung, damit sie auch das Business hier so weitermachen in der Form. Genau, genau. Und das ist natürlich auch unser Anliegen, also die hier weiterhin auch zu halten, auch tatsächlich bei uns in NRW auch zu halten. Also eben im Sinne von allen Hubs, da genau in diese Richtung tätig zu sein und nicht dazu zu führen, sie mit jemandem zu matchen, dass es heißt, sie siedeln halt um und gehen weg, sondern ganz im Gegenteil. Sondern eher zu zeigen, schaut mal, was hier alles los ist, wie viel Potenzial in dieser Szene hier vor Ort ist und welche Power hier ist und eher zu sehen, dass Investitionen eben dadurch auch hierher kommen in diese Startups, aber dass sie trotzdem halt da bleiben und in ihrem Geschäftsgeschehen einfach aufgehen. Wie steht denn NRW so da mit jungen Unternehmern und Unternehmerinnen? Ich glaube, wir stehen ganz so als NRW, so im Gegensatz zu anderen Bundesländern, sind wir eigentlich schon ganz schüttet, oder? Ja, sind wir natürlich, also ja klar, also sind wir stehen nicht da, stehen wir nicht, nein, 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 stehen wir definitiv nicht schlecht da. Ja, natürlich, also wenn man an die Startup-Szene denkt, ist es nach wie vor so und das kann man ja auch kaum hören, aber es ist immer noch so. Also klar, Berlin und München sind natürlich die Vorreiterregionen da und das ist auch einfach so. Aber ich finde, nichtsdestotrotz hat gerade, wenn ich auch fürs Ruhrgebiet spreche, das Ruhrgebiet und NRW an sich, die Chance, da auch mit aufzuwarten und das Potenzial einfach vorhanden ist. eben Berlin hat ja auch im Endeffekt nur Stadt. Und kein Ausweitungspotenzial. Genau, und kein Ausweitungspotenzial. Und ich glaube, es ist ein Flughafen. Ja, stimmt, die könnten auch auf dem Flughafen ausweichen, aber der ist ja auch große Spielwiese von daher. Ja, also das bedeutet für mich, an alle, die zuhören, auf jeden Fall mal beim Russland mit vorbeischneiden. Auf jeden Fall. Egal, was kommt, auch ohne Schnee. Auch ohne Schnee einfach schauen, genau. Bedeutet aber auch, für viele, die auch darüber nachzudenken, zu gründen und auch vielleicht mal darüber nachzudenken, vielleicht auch in der ländlichen Region zu bleiben, um auch da einfach diese Region weiter zu stärken. Einfach auch vorbeizuschauen, um sich vielleicht neue Impulse einfach nochmal zu holen, um selbst das eigene, womöglich auch schon Geschäftsmodell, was man sich überlegt hat, zu reflektieren, zu schauen, ist man auf dem richtigen Weg, um sein eigenes Profil zu schärfen oder nochmal zu verändern und auch einen Blick zu kriegen. Tatsächlich glaube, über unsere Innovation Stage wirklich über Trends zu sprechen, was passiert morgen, um mal einen Eindruck auch nochmal global zu bekommen, in welcher Liga wir da spielen könnten oder wollen oder doch auch nicht. Ja, einfach auch mal so ein bisschen Impulse mitnehmen und halt Dinge vielleicht auch mal anders denken. Ja. Und das Gleiche gilt natürlich in meinen Augen auch für den Mittelstand, auch gerade hier aus der Region, auch zu sagen, solche Events mitnehmen, weil ich finde immer diese ganzen Netzwerk- und Business-Treffen, die sind immer alle ganz cool, aber ich glaube, auch mal die Fühle auszustrecken zu diesen jüngeren Events wie jetzt eurem, ist viel, viel wichtiger, weil da passieren die Dinge von morgen. Ja. Und das ist ja auch immer so ein bisschen mein Anliegen, was ich auch immer hier habe und was ich auch regional immer versuche zu vertreten, guckt euch mal an, was die anderen machen und redet vor allem mit den anderen mal darüber, wie die das machen, weil das kann ganz schön helfen. Das ist ja auch, Innovation entsteht ja nur dadurch, dass man sich miteinander austauscht und nicht hinter vorgehaltener Hand irgendwas sich zunuschelt. Und das machen wir genau dort. Sehr gut. Am besten nehmt ihr sie alle mit in der Bahn und steigt. Wir kommen im Sauerland-Express. Ja, genau. Perfekt. Steigen in Dortmund um und dann kommen wir direkt nach Essen durch. Ja, nee. Wir sind in Bochum. Ach, stimmt. Ihr seid in Bochum. Ja, klar. Natürlich. Ihr seid in der Jahrhunderthalle in Bochum. Unser Standort ist in Essen, das ist richtig. Und der Ruhr-Summit-Fried-Stadt am 13.06. in der Jahrhunderthalle in Bochum. Ja, ist ja auch nur einmal umsteigen. Ja, klar. Also von uns hier. Ja, ja, ist die gleiche Linie. Ist die gleiche Linie. Dann muss man richtig aussteigen. Das kriegen wir hin. Ja, ich habe natürlich noch so, ihr habt dich ja schon mal gefragt, wie siehst du so perspektivisch die Chancen für das Sauerland? Wenn du Sauerland Valley hörst, so, was ist der erste Gedanke, der dir in den Kopf kommt, wenn du es hörst? Natürlich hat man sofort Silicon Valley im Kopf. Sauerland Valley irgendwie finde ich sehr charmant im Wording, das damit zu matchen, weil dieses Valley halt auch so wunderbar irgendwie im Einklang mit dem Sauerland natürlich zusammenpasst. Viel Weite, viel Potenzial und Möglichkeiten und auf der anderen Seite einfach auch so ein bisschen mit dem Gedanken, Raum und Zeit vielleicht auch für Neues und relaxen. Cool. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch. Wenn du noch was loswerden möchtest, dann darfst du das jetzt. Wahrscheinlich gibt es ein paar Kanäle, wo man euch folgen sollte oder sowas. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ganz wichtig ist immer unser LinkedIn-Kanal sozusagen für Ruhrhub, als auch für den Ruhr Summit, haben wir das eben auch nochmal gesondert, oder einfach unter Ruhrsummit.de. Da findet man alle Infos, jetzt häppchenweise und auf Insta sowieso auch in den nächsten Wochen, Monaten, insbesondere halt, was das Event im Sommer betrifft. Ja, cool. Ich habe ja schon mal, als ich jetzt bei euch war, habe ich ja schon mal gehört, ihr habt auch einen guten Redaktionsplan so ein bisschen für die ganzen Social-Kanäle. Also das heißt, da kommt... Genau, wenn er jetzt reinschnuppert, kommt er nicht mehr raus. Ja, sehr schön. So soll das sein. Svenja, ich danke dir ganz herzlich. War ein sehr schönes Gespräch. Ich wünsche euch mega viel Erfolg bei allem und an alle Zuhörer nochmal, gerade Thema Startup, Thema Gründung, redet mit uns. Wir können euch auch jederzeit einen Kontakt herstellen, auch zu Svenja und den ganzen Teams und vielleicht gibt es da auch mal Möglichkeiten oder auch Ansätze, mit euch mal zu quatschen und ein bisschen anderen Input zu bekommen. Sehr gerne, auf jeden Fall. Wurs Summit, ne? Ja, Wurs Summit, 13.06. Jahrhundert Halle Boku. Danke dir. Ich danke dir. Schöne Woche. Danke auch so. Ciao. Ciao. Bist du Macherin oder Macher aus dem Sauerland und willst deine Geschichte mit uns teilen? Dann schreib uns gerne eine Nachricht an info at sauerlandvalley.de oder meld dich einfach über unsere Social-Media-Kanäle. Bye. Ich danke dir. Vielen Dank.